zurück bei let's multiplayer hier auf björn holm wir pressen immer noch quaderballen der thomas jetzt da alle hallo spielt aber nicht weil er keine lust hat oder sie die mit uns abgeben möchte hinter mir ist der medlex der frebel ist da der waldmeister ist immer noch da und der andere florian ja wie war es auch flolix ja ja ich bin ich bin so wütend ich bin so wütend dass ich meine wut gar nicht mehr in worte fassen kann eben gerade eine quaderballenpresse gekauft und haben die quaderballen abgeladen und da wollte ich anfangen wieder neue ballen zu pressen und dann ging die presse einfach nicht mehr an super habe ich gedacht dann war ich so wütend dass ich die alte presse einfach verkauft habe und jetzt eine neue gekauft habe so und dementsprechend müssen wir jetzt so viel geld einspielen dass wir uns die beiden pressen wieder leisten können oder so ähnlich noch er wird er gerade geile bahn hier ja das kann es halt Prozent 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 ich bin wenn er die kurven durch mich noch wütender ne der fest gerade waren aber die kurven ich zu dem anderen feld sind ach so der kurve er hat einen Winkel und hat das hier einen Winkel ne 45 Grad Winkel da bin ich gleich mal gespannt wie das aussieht hey ich war heute in Mediamarkt echt und hab mir so tolle Bildschirme angeschaut ja ich sehe einfach so davon geträumt nein und ging so an einen schönen Samsung Bildschirm vorbei ja und darüber keine Werbung bitte und darüber hing ein Poster mhm also die Karte von Björnholm echt? ja hast du ein Foto gemacht? nein leider aber wie kam die Karte von Björnholm da hin? ja keine Ahnung ich war heute ziemlich überrascht ich schau so hinten irgendwie kommt alle bekampfeuern dann überlege ich überlege ich ahhhhhhhhh dahhhhh eine LS und so haha haha aber auch nicht schlecht ein wahrscheinlich immer dabei aus sich die Connections Edition geholfen und wusste nicht was an der Karte machen sollte dann hängen wir es da einfach mal am Mediamarkt auf haha genau haha haha ja nice ich war heute nur lebensmittel einkaufen ich habe mich einfach das ist langweilig einfach grüßmittel einkaufen nach naja was soll es muss ja noch schleppen heizkörper unterschleppen ist auch eine gute maßnahme wie du stehst du sie nicht hoch weil die wohnung neben uns leer geräumt wird ach so ja weil sie zuerst hochschleppen können dann unterschleppen können dafür haben sie eine andere wohnung hochgeschleppt okay ich lasse immer hochschleppen mach mal mach mal genau wie stromberg damals schon sagte lasst uns mal den papa machen jetzt mache ich aber kurz für mich werbung wer braucht eine ps3 ja ich habe auch noch eine zu verkaufen online ebay markt mit fifa 14 fifa 13 okay was willst du für haben mit dem controller ohne controller mit zwei kontrollern für 120 euro für 120 euro also wenn jemand interesse an der playstation 3 mit zwei kontrollern fifa 13 14 was noch etwas dabei äh wie heißt es gran turismo 5 oder 6 weiß ich gerade nicht genau und skate 3 okay für 120 120 ja jetzt kommst du schotek 500 gigabyte speicher hat meine auch got of war edition also mit controller von got of war dann habe ich noch was habe ich danach got of war 1 und 2 gran turismo 5 und muss jetzt schnell nachschauen ich habe auch ps2 also mit gechippt und keine ahnung um die 20 spiele oder so 20 spiele ich habe auch nicht sagen das müssen wir auch nicht sagen das müssen wir auspippen das müssen wir auspippen pass auf attack and attack terminant turner oder turnman need for speed run dirt dry fifa 14 okay und was willst du dafür haben also wenn das komplett weg geht für 260 wenn spiele einzeln weg geht jetzt 15 außer got of war weil das sind zwei in einem das kostet 20 ok play sie mit controller und das eine spiel 175 ok gut also die leute interesse hat schätzen 3 zu kaufen schreibt es in die kommentare rein die sind gerade günstig abzubieten wahrscheinlich auch bei dem guten zustand ja klar fast 9 ja siehst du da was immer mehr also also einmal mit original verpackung aus neu dann die ganze zeit noch ein speicher ja und wir wie alt die sind behaltet ihr die original verpackung damit man sich auf ebay noch mal reinstellen kann playstation 3 original verpackung ja ich habe ich habe noch die original verpackung für ps3 also da ist noch alles da die ist ja auch ja was jungs was will man mehr ne also wenn jemand noch ein weihungsgeschenk braucht für seine kinder oder so naja gut tech ist ein bisschen brutal ne und god of war vielleicht auch aber aber fifa nicht aber fifa nicht ne oder rennspiele oder rennspiele genau für die frau oder geliebte oder bei ist steht das wäre auch noch eine option ja ja aber ich glaube ich glaube ich meine frau ich meine frau eine playstation 3 zu weihand schenken würde ich glaube die würde den kopf abreißen dann ja ich hätte schon eine ps4 sein da muss schon eine ps4 sein ja also ich hätte ja für euch ich hätte ich auch noch was also für dich und deine frau und so da hätte ich eine hd kamera eine hd kamera mit stativ die kannst du neben das bett hinstellen und so pass auf dass ich dich nicht neben das bett stelle aber an der wand aufgehängt ja die als wir da nicht hingestellt haben gehängt du aber warst du heute sich ein media macht nur mal den fernseher angucken du hast den laden doch ausgeräumt oder nicht aber die hd kamera ist das kann man ja auch als webcam nutzen ich wollte immer mein gesicht mal im ls 15 zeigen aber das will jemand sehen ich weiß nicht ob es jemand sehen will vielleicht müssen es die leute sehen das können übrigens auch mal in die kommentare rein wenn wir mal ein facecam spielen sollen einfach mal kurz runter schreiben dann musst du dir noch eine kaufen ne facecam ja ja das ist ja kein problem ich mach das nicht für unsere zuschauer mach ich das gerne ja hast du keine cam ne hab ich nicht warum nicht weiß ich nicht also ich würde empfehlen ich hab von moment was hab ich für cam ich hab eine microsoft hd cam äh cam die hab ich äh was hab ich gezahlt 20 oder 25 euro ok also ich hab noch eine hier liegen original verpackt die sollte ich mal für jemanden kaufen nachdem ich es endlich hatte hat er sich nie wieder gemeldet naja für was wie viel wird sie verkaufen da müsste ich nachgucken wie viel ich damals für das ding bezahlt habe ich hab jetzt nichts um die 20 euro ja wettlags fährst du weiter dann sprechen wir nochmal drüber ok ist noch nicht voll was hab ich denn noch ach wie hab ich schon verkauft ich ne tablet hab ich schon verkauft mhm sonst hab ich eh nichts mehr also nur ps2 ps3 und die kamera nicht stattdessen wo soll ich die ballen dann hinwerfen äh im bga glaub oder bga hab ich sie hingestellt wo die trigger sind ja 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 die kann man ein bisschen besser stapeln wie die rundballen nimm bloß schlechte idee wieso nicht du achso nicht der diktator ja der im feld fährt ja ab sofort möchte ich auch ab sofort möchte ich bitte auch nur noch mit äh herr diktator angesprochen werden herr diktator darf ich dreschen nein sie müssen dreschen ne stimmt nicht herr diktator klingt aber ein bisschen doof irgendwie muss man was anderes einfallen lassen ne nenn mich einfach geliebter führer boah mein geliebter führer ja das ist viel zu lang eigentlich auch ach Mist ey nenn mich einfach äh gf ne jetzt ist ja showtag schon der geschäftsführer pfff Mist ja merkst du was ja ich kann mich auch äh wie ist es mit ut untertan ohohohoh für showtag ja ja das wär ok ohohohoh was was das hat er jetzt nicht gehört was 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 ist mit ut untertan wer du der silo schaufler hat hat ähm you from server bannet you've been banned from server so rum ne wenn schon wenn schon bannen dann aber richtig ne nein das war ein spaßes ich muss gerade amester düngerstreuer sagen ja stimmt ich hab auch noch ich ich wechsle ganz gerne saatmaschinen mit düngerstreuer auch immer schön dafür fahr ich lamborghini und ihr so ich auch in deinen träumen ich sitz grad im lamborghini ja ich auch natürlich ja aber lamborghini traktor die sind nicht so ganz so teuer wie traktoren da gab es auch mal auf facebook ein cooles bild was sich andere leute unter lamborghini vorstellen sie es ist halt das auto lamborghini und was wir uns unter lamborghini vorstellen sie es ist ein traktor ja da gibt es hier so ein schönes bild mit so einem traktor und den ganzen frauen drauf ja das kenn ich jetzt haben sie herausgefunden dass es teurer wie ein bmw ist ja genau das ist teurer wie ein bmw was der trecker ja das foto hab ich doch gemacht mit meinen mädels hätte ich nur denken können ja das stimmt aber ich kenn das foto schon ein bisschen länger wie dich deswegen ach so ja das ist ja kein grund ne jetzt kennst du den fotografen halt eben auch und seine mädels jetzt habe ich noch einen grund mehr warum mir einer bausimulator kaufen sollte ja 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 aber viele frauen kosten viel geld na ja was war das denn für ein sound der war gut ich würde schon überlegen ob ich mir so wie bei stefan rabe auch das ist ein soundboard ne das sind so buttons dann ne ja so buttons die ich dann immer so ein das überleg ich mir schon nicht ich hätte gern so ein schaf so meh meh afro circus das ist eigentlich gute magische musik um hier ballen zu pressen das war afro circus richtig nein das ist ja anders gewesen warte mal afro circus ja afro circus afro circus afro pokalot 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 afro das war infinite buttons und was ist das für ein soundboard heißt einfach nur buttons ok wenn ich im internet nach buttons suche finde ich wahrscheinlich genau dieses soundboard nicht bestimmt ja ich suche einfach nach buttons soundboard das wäre auch eine option es gibt ja die stefan raub buttons ja wer diese bahn hier gefahren hat wird er schlagen also ja weil die so weil die so schief und kreuz und krumm sind und hier hier ein kreis gefahren ich hab doch gesagt wenn einer in kreis fährt kick ich den vom server erinnert ihr euch noch nein ich habe gesagt wenn das alles ganz kurz essen geht wieder vier fünf stunden wir machen gleich eine aufnahme leute drei stunden später nicht verlassen ich hab doch gesagt wer hier eine runde bahn fährt den kiki vom server er hat schon wieder eine runde bahn gefahren jetzt fahr ich weiter naja das muss man auch mal drescher fahren ja hier ist noch eine runde bahn friedlich sind noch viele runde bahn kommen wir zurück auf den server ich muss nur dreimal kicken oder so ja mit lex wenn er eine runde bahn fährt und durch die ballen pressen fährst du doch auch eine runde bahn ja aber ich will keine runde bahn fahren er musste ja dann fahrsam muss ich selber kicken wieso frisch ich er musste ja selber fahren dann er darf die ja nicht fahren er muss die ich muss die fahren ja aber ich würde ich hätte mitles ich hätte sagen können wenn man dem drescher eine runde bahn fährt ja wirklich sagen soll ja ich soll es sich allgemein besser ausdrücken ja das stimmt weil die kriegst du nämlich halt echt total beschissen aufgesammelt und vergisst die hälfte davon so sorry fribel aber hast du es jetzt gelernt ich war nicht mal der im drescher guck mal jetzt im drescher jetzt sitze ich im drescher habe ich dafür sagt jetzt ist ja wieder richtig gemacht wahrscheinlich vermutlich aber genau so wenn ich reinfährt ist alles gut wolltest du nicht ein video machen ich nur schon die ganze zeit auf begrüßung reicht ja wenn es einmal aufnehmen schon jedes mal wieder einspiel ich nehme nachher jeden im teamspeak hier und sagt hier so pass auf du musst jetzt mal die begrüßung kurz einsprechen in drei verschiedene varianten richtig nach drei wochen kommt dann wieder das alte rein einmal ein euphorisches hallo einmal so ein hallo 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 also die bahn ist jetzt noch schief die du jetzt fahren willst aber danach die ist gerade das ist meine sehr gut ich bin sehr zufrieden ich würde dich gerne befördern wenn ich könnte was kann ich in diesem spiel nicht bekomme ich dann zwölf euro die stunde ja so ähnlich nein du bekommst du bekommst du kommst von zehn cent das ist aber wenig mehr die minute aber dann bist du bei 1 euro die stunde mehr ja gar nicht mit nein das sind sechs euro ja das recht doch da sechs euro sechs euro ich war in mathe nicht so gut was ein euro pro minute ne 10 cent ja genau 1 euro pro minute das wären 60 euro die stunde ja nee der meint ja 10 cent die minute ja richtig also habe ich 16 euro stunden lohnt jetzt das ist auch gut ich komme ein bisschen schneller voran oh medlex wird hinter mir warum der jagt dich der jagt mich ja aber der ist sofort wieder voll fährst krumm werden wir jetzt auch vom server gekickt aber ich fahr jetzt besser ne ja so ja du fährst besser das stimmt da kann frevel sich noch was von lernen ja ich bin im letzten mal auch drescher gefahren ah ok ich hab schon übungen er noch nicht wer dreschen will muss freundlich sein nur auf dem nachhause Weg von der Arbeit so gehen sollen wir in diesem Sinne tschüss bis zum nächsten Mal noch auf Schaue so frühen also ein Wald ist so alt ist so ein ein tschüss tschüss tschüss